Mein Fuchs. Nein, das ist ein roter Panda. Das Push-Baby und der rote Panda. Oh Gott, er streckt mir sein Schwanz zu. Oh nein, Alter. Du kannst ja mal rückwärts rangehen hier. Ja, es sind doch Gestalter. Ja, Paul, dann werde ich dich mal in die WhatsApp-Gruppe für den Stream reinholen, damit du das nächste Mal mit dabei sein kannst, wenn du dann Zeit hast. Ja, das Wochenende natürlich ist man nicht mehr. Ne, jetzt die Folgen sind jetzt haben wir erstmal wieder 11, 12 Folgen oder so fertig. Das wäre mal wie ein paar Tage dauern. Zweie bis zweieinhalb Wochen, glaube ich, geht hier los. Ja, fast zwei Wochen, ungefähr in zwei Wochen. Ne, zwei Wochen, Wochenende bin ich auch nicht da. Werden wir sehen. Muss ja nicht am Wochenende sein, heute ist ja auch dann das Tag. Ja, okay, das war wieder richtig. So, naja, jetzt ist Freitag schon mittlerweile, aber wir haben am Donnerstag angefangen. So, J.R., dann geleite uns mal in dein Unterwasser-Ratscher-Dingbums, sag ich mal. Kiste da rein. Ja, ein Langsrat ein bisschen verbaut, weil ich da gerade dabei war. Ach, nee, noch nicht. Erstmal noch rausschwimmen. Erstmal noch rausschwimmen. Das war rauschwimmen, du. Und jetzt hier. Hast du genug Betten da drin? Ich kann nicht schwimmen, ich bin gut an. Ich bin gut an. Ich nehme mal ein Bett mit. Ich will mir das auch ansehen. Ist halt nur eine Stadt zurückgekommen. Doch, hier ein Ofen. Oder? War das vorne noch nicht? Und dann die Kiste und die Crafting-Table. Na doch, das stimmt. Und die einen Lianen ist ein weitergewachsen. Ach, du Scheiße. Ah, hier ist alles gleich. Sehr schön. Du kannst richtig schön rausgucken. Was ist denn da hinten passiert? Mein Gott. Wo ist was passiert? Hm? Bei Manu. Da kannst du nicht rausgucken. Wo kommen wir da rein? Warte mal, ich gehe mal dahin, wo der Eingang ist. Da musst du einfach nur runtertauchen. Man sieht gar nicht, wie das erschwimmt. Hierhin musst du kommen, ungefähr. Er schwebt. Er schwebt. It's magic. It's magic, you know. Ich finde meistern Song. Oh, ich ertrink, ich ertrink. Ich muss ja raus hier. But, but. Gut, noch mal. Zweistreckig. Sehr schön. Ja. Natürlich ohne Keller im Moment. Also, es ist nicht der Keller. Ich habe mich verstanden. Das ist Detection. Ist das nicht einfach nur ein Keller? Das ist doch schön. Sehr schön. Na klar, ich bleibe ich zum Gang, der dann im Boot endet, ist das doch Bootskeller. Oh, dann gehen wir wieder raus. Dann gehen wir zum Wasserhutschel oder was. Juhu. Und dann hat einer Holz mit. Nein. Oder hast du da schon ein Boot oben drin, Manu? Nein. Okay. Ich habe Holz mit. Wie viel Holz hast du? 54. 54. 54, das reicht. Ja, das reicht. Ist doch so. Dann gehen wir hier mal über den Weg, Rübelle. Hast das hier eigentlich schon weitergebaut oder bleibst das so? Das bleibt so. Wegen den Balken in der Milch abgedacht, das ist noch irgendwie, dass da noch ein Dach aufkommt. Nee, hier kommt Lava noch rein, aber da bin ich jetzt mitgekommen. Du denkst, ne? Geht das Glas kaputt überhaupt, wenn der Lava... Nee, 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 das geht ja kaputt. Nur wenn du Hölzer anfängst. Alter. Habt ihr euch das dahinten schon alles angeguckt, da? Mit der Lava-Wand und mit dem Wasser-Wand? Nö, bis jetzt noch auch nicht. Könnt ihr auch nochmal angucken, können wir auch nochmal reingehen. Ja, voll im Stress hier, ne? Ja, natürlich, klar. Das fing in der eigenen Welt da oben mit den ganzen Bäumen. Ja. Kannst du ja jetzt abgeschottet von uns. Das ist ein 3D-Modell von dieser Karte hier. Aller, kommen wir hoch. Kommt mir nicht rein. Ja, müsste ich schon rumholen. Manu World, schreibt der Mojo. Ja. Das ist Manu World. Oh, faszinierend habe ich gejumpt. Ich fühl mich ganz wie zu Hause. Juhu. Du hast wohlst mit Bäumen auf dem Dach. Ja. Mit Bäumen auf dem Dach hast du eine Baumspule. Ich nähste mich in so einen Baum ein. Ah, du bist ein Baum-Panda. Ja, das macht Spaß. Juhu. Das macht Spaß. Lava springen. So, dann begeben wir uns mal zur Wasserrutsche. Oh, das war knapp. Ihr seid ja verreckt. Dann brauchen wir 5, 5, 6, wie viel Bote? 6 Bote, ne? Vorsicht, nicht in die Lava schwimmen. Ja, 6 Bote brauchen wir. Hat jemanden Crafting Table? Ne, ist oben. Ist da oben schon. Ist oben auf der Wasserrutsche. Das ist oben auf der Rutsche. Es wird schon wieder dunkel. Es wird dunkel. Ja, das ist blöd. Wir rutschen auch mit Monstern. Die rutschen nicht. Ich hab genug Wolle dabei für Betten. Können wir machen. Können wir da oben schlafen. Das wäre besser, nämlich für den Abschluss. Am Tag. Ich hab 20 Wolle dabei. Reicht das heute noch aber für Boote und Betten? Ja, denk schon. So, wie kommt man da jetzt hoch an? So, Blazy, dann bauen wir uns mal hier ein paar Betten auf. Letzchen. Kriegen wir die Allee aufgestellt? Ja. Ich soll aufpassen, dass nicht beim Aufstehen nicht runterfällt. Einfach stehen bleiben erstmal. Was ist das Bordmann denn auf dem Bett drauf? Hier, nehmt euch Betten. War wie die Geier, ey. Ich will bett. Nach die Nacht. Ich versuche mal, mein Bett hier aufzustellen. Versuche es mal. Ich versuche es noch. Sechs Stück brauchen wir uns gesagt, ne? Ich weiß nicht, wie du du gebaut hast. Nee, Mann, was. Auch geil, dass ich mir meine Schokolade aufgemacht habe und nie gegessen. Außer ein Stück. Hat sich ja gelohnt. Ja. Total. Dafür trinke ich jetzt Bier. Zwei Bäsern und Schnitzel. So, jetzt bei uns mal Boote, Blazy. Sechs Boote. Blazy und der Bootbaumeister. Noch nicht reinsetzen da. Oh, ich habe irgendwie drei Stück aufgenommen. Oh, ich habe zwei. Ich werfe mal eins zu. So, ihr stellt euch alle mal hinter mich einfach hier. Ich habe eins. Ich habe auch eins. Was da? Ja, ich habe alles. Ihr müsst das Boot einfach da reinstellen. So. Davon meine, da von meiner, Blazy muss auch noch hochkommen. Dann mache ich einmal kurz, ganz kurz meinen Scheiß hat alles aus hier. Oh, benutze ich auch. Ah, jetzt heißt sie angemacht. Ey, nicht anschubsen. Nicht anschubsen, Leute. Mann, ey. Ich habe doch kein Boot kaputt. Doch, ich habe doch nicht geschubst. Doch, irgendjemand hat mir Leid angeschubst. Nö. Vielleicht bin ich aus Versehen dran gekommen, aber... Nein, 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 das war keiner. Ihr könntest sehen, eine Folge. Irgendjemand ist ganz kurz gegengekommen. Ich brauche ein neues Boot. Ich mache mein neues Boot ins Wasser. Da fährt Brot. Da fährt Brot. Jetzt weiß ich, jetzt sehe ich natürlich nicht, wo ich das Boot gleich hinsetze. Ich sehe jetzt nichts mehr. Meine hat aus. Habe ich das Boot in der Hand? Kann man ja sagen, ob ich das Boot in der Hand habe? Nein, nein. Ein Spitzhacke. Spitzhacke? Dann muss ich zwei nach links. Jetzt. Jo, gut. Ja. Ja, aber... Das sieht so scheiße aus. Jetzt drehen wir nochmal kurz an. Einmal... Screenshot. Und die ganzen Namen jetzt. Ne, die Namen haben wir jetzt nicht mehr drin. Und einen Screenshot gemacht kurz. Ja, aber ich sehe sie ja. Wir sehen sie ja. Ja. So, dann mache ich das mal wieder an, damit man den Namen nochmal sieht. Zack, 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 zack. So, dann vielen Dank an alle Zuschauer, die dabei waren. Vielen Dank an den Mojo, der so lange mit dran geblieben ist. Da stehen zwar noch zwei Zuschauer drin. Ich glaube, einer davon ist Jaya, richtig. Richtig. Vielen Dank trotzdem an alle, die dabei waren. Vielen Dank auch an alle, die auf YouTube zuschauen. Vielen Dank an alle, die immer mitkommentieren, die fleißig mit dabei sind. Und vielen Dank natürlich an Jaya, der mit dabei war. Spargel, Blazy, Manu und Paul. Und natürlich auch an Yannick, der mittlerweile schon im Bettchen liegt und ruhig schläft. Vielen Dank an alle, die mir folgen, die mich abonnieren, die liken, die kommentieren. Ja. Wollt ihr noch was sagen? Wollt ihr irgendwie noch was sagen? Sprecht euch ab. So viel. Alle auf einmal. Mann, Mann, Mann. Und der Mojo schreibt, ich habe zu danken. Gerne Mojo, gerne Mojo. Bis zum nächsten Mal genau. Jaya, möchtest du noch was sagen? Jaya, möchtest du noch was sagen? War gut, wieder dabei zu sein. Mal wieder. War schön, dass wir bauen konnten. Und ich freue mich aufs nächste Mal auf jeden Fall. Spargel. Ja, ich freue mich, dass wir die Zuschauerwand heute fertig gekriegt haben. Und die sieht auch richtig schön aus. Und ich hoffe, den Zuschauern gefällt die auch. Und ja, es war schön, mal wieder hier zu sein. Blazy. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War alles super. War alles nett. Grüß an Mojo. Und Nachti. Alles klar. Manu. Safti. Safti. Gute Nacht, Mojo. Paul. So, scheiße. Paul. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Langsam. Ich habe mich auch gefreut dabei zu sein. Ich hoffe, dass es auch ein nächstes Mal geben wird. Sehr schön, sehr schön. Auf jeden Fall. Danke natürlich auch an LPG mal Steffen, der leider, leider aufhören musste, den zu schauen, weil irgendwie Twitch ihm da Probleme bereitet hat oder seine Internetleitung. Keine Ahnung, woran es lag. Auch Grüße an dich, falls du das jetzt siehst auf YouTube. Und sonst würde ich sagen, machen wir jetzt einfach alle mal noch einen kleinen Jump hier über die Wasserrutsche. Ich fahre mal einfach vor. Und wenn ich unten bin, sage ich demnächst Bescheid, dass er springen kann, dann könnt ihr einfach alle nacheinander jumpen. So. Ich fahre da mal. Tschüss, Kaski. Tschüss. Tschüss. Ciao, Mojo. Ciao, und alle alle in YouTube. Ciao. Jibbi. So. Von links nach rechts, oder was? Würde ich überhaupt, ne? Ja, gar nicht. Wie gesagt, wenn ihr drin seid, im Boot einfach loslassen, keine Richtungstaste drücken. So sagt, wenn ich kann. Und meine. Das habe ich drauf. Wartet mal kurz, wartet mal kurz, wartet mal kurz, wartet mal kurz, wartet mal kurz. Ich muss mal ganz kurz. Man hat nochmal schnell ausmachen. So, ihr könnt jetzt alle. Jumpt einfach. So, ja, das war. Der fehlt des Tages. Herzlichen Glück beim Startzug. Danke. Du bist so schwerer Spargel. Ach ja. Ich komme. Er fällt, der geht durch. Yay. Ich will einfach durch die Woche umzulocken. Das war der Spargel. Sehr gut. Das war der Spargel. Der nächste, bitte. Ihr könnt einfach hintereinander gar nicht erst groß warten. Dein Boot ist gerade leer. Ich will nicht. Jetzt. Nein. Yay. Der kommt ein Boot an. Der kommt ein Boot alleine. What the fuck? Da kommt Blazey. Oder wer ist das? Ich kann den Namen nicht sehen. Ich glaube, es war Blazey. Oh ja, ich spinns. Ja. Oh mein Gott. Oh shit, ey. Wer fehlt noch? Paul und Manu, glaube ich noch. Nein, mein Boot ist gerade auch eine lange Fahne. So ne Scheiße. Oh, weil ich komme nun da. Juhu. Ich glaube, die ist aber noch verbessern. Ihr müsst den nur richtig nutzen. Oh mein Boot ist auch kaputt. Wurde fucks. Weil ich baue nicht schnell an. Baut man auch schnell. Wer ist denn jetzt noch oben? Ich habe keine Hunde. Ich habe keine Hunde in die Boote. Da hat jemand mein Zell rein gesammelt. Da ist die Schuhe oder was oder so. Jetzt muss einer von euch jetzt sammeln. Ich bin hier noch gucken. Ich bin aufs Land gefallen. Da haben wir für genau zwei Holzbretter. Warte, ich gebe dir zwei. Ich konnte dann aber ganz mehr bauen. Ich rutsche so rum da. Yay. Und da kommt dein Manu. So, auf ein neues. Ich spring runter. Oder warte. Maru. Yay. Und Paul. Wo bleibt Paul. Der will das Boot nicht aufs Wasser setzen. Ey. Warte. Jetzt. Da musst du vorderl. Eine kleine Sitzung. Dass das so schnell kaputt geht, ist immer blöd. Yay. Und Paul. Sehr schön. Und jetzt sind alle unten, wa? Und gut. Jay, aber wo bist du grad? Gleich wieder da. Alles klar. Gut. Ich bin über meinem Haus. Wir brauchen jetzt eine große... Das Meister haben wir oben gesagt. Dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag. Wunderschönen Morgen. Wunderschönen Abend. Was auch immer. Lasst euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's stream Minecraft Together. Auch schwer. Dave the Daver PS4 Twitch. Oder Dave the Daver auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Macht's gut. Tschö. Bis Sikorski. Tschüss, Kotzki. Ciao.